Hallo und herzlich willkommen zu FRAG WAF. Ihr hattet einige Fragen zum Thema Aufwendungsersatz im Homeoffice, Rauchverbot und nachwirkender Kündigungsschutz. Also bleibt dran. Misut Ilbey, du bist Betriebsratsvorsitzender und du beschreibst, dass es bei euch im Betrieb gerade Probleme rund um das Rauchen gibt. Früher durften die Kolleginnen und Kollegen in der Arbeitszeit rauchen gehen. Jetzt hat der Geschäftsführer gewechselt und ein Rauchverbot ausgesprochen. Eine Betriebsvereinbarung zu dem Thema habt ihr noch nicht geschlossen und du möchtest jetzt wissen, was könnte ich als Betriebsrat tun oder inwiefern habe ich eine Chance gegen das Rauchverbot? Und muss der Arbeitgeber eine Raucherecke zur Verfügung stellen? Erstmal an sich gegen das Rauchverbot. Was kann der Betriebsrat da tun? Ihr könnt als Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung zum Thema Rauchen schließen, denn das ist echte Mitbestimmung nach dem § 87 Absatz 1 Nummer 1 Betriebsverfassungsgesetz. Aber Rauchen während der Arbeitszeit, das ist tatsächlich Arbeitsverhalten und arbeitsvertraglich müsste es eine Erlaubnis geben, in der Arbeitszeit zu rauchen. Jetzt ist es aber so, in der Arbeitszeit sollen wir ja arbeiten und eben nicht rauchen. Das heißt, das Einzige, was man jetzt denken könnte, dass es vielleicht einen Anspruch gibt nach betrieblicher Übung. Das ist ein Rechtsinstitut der Rechtsprechung, wo die Rechtsprechung des BAG sagt, es kann gewohnheitsrechtlich ein arbeitsvertraglicher Anspruch entstehen. Wäre natürlich bei euch denkbar, wenn du sagst, früher durftet ihr immer rauchen, jetzt aber nicht mehr. Allerdings funktioniert das beim Thema Rauchen eher nicht, denn da gibt es tatsächlich Gerichtsentscheidungen, so zum Beispiel vom Landesarbeitsgericht Nürnberg vom 5. August 2015, da sagt das Gericht ganz klar, wenn der Arbeitgeber die Dauer und die Häufigkeit des Rauchens innerhalb der Arbeitszeit nicht kennt und auch nicht abschätzen kann, dann dürfen Arbeitnehmer nicht davon ausgehen, dass sie bezahlt rauchen dürfen. Das heißt, Rauchen innerhalb der Arbeitszeit, das könnte jetzt auch der Betriebsrat nicht erzwingen. Anders ist es dann vielleicht bei der Frage, habt ihr einen Anspruch auf eine Raucherecke? Denn was ihr in den Pausen macht, ob da geraucht wird, das darf der Arbeitgeber ja nicht verbieten. Denn zur Frage, habt ihr einen Anspruch auf dem Betriebsgelände zu rauchen, da muss man sagen, auch da gibt es jetzt keinen klaren Rechtsanspruch, denn der Arbeitgeber hat das Hausrecht. Aber weil das Thema Rauchen an sich im Betrieb eine Frage der Ordnung des Betriebes ist und ihr darüber auch eine Betriebsvereinbarung verhandeln könnt, kann man zu dem Ergebnis kommen, dass ihr gute Chancen habt, euch mit dem Arbeitgeber zu einigen und zu argumentieren, naja, lieber Arbeitgeber für den Betriebsfrieden, es sind so viele Raucher hier in der Belegschaft, wenn die jetzt in der kurzen Pause immer komplett vom Gelände runter müssen, dann wird es einfach schwierig. Insofern drücke ich euch da die Daumen, dass ihr euch einigen könnt. Du kannst als Argument auch anbringen, der Paragraf 75 Betriebsverfassungsgesetz, der sagt, dass Arbeitgeber und Betriebsrat die Persönlichkeit der Arbeitnehmer schützen sollen. Die Persönlichkeitsrechte, da ist auch das Recht auf allgemeine Selbstbestimmung dabei. Und wenn die Kollegen in der Pause rauchen möchten, dann wäre es auch gut, dann eine Regelung zu finden, um den Kollegen aus der Belegschaft das zu ermöglichen. Dann hattest du noch eine Frage. Wenn der Betriebsratsvorsitzende sein Amt niederlegt, wegen Absetzung des Amtes, hat dieser dann immer noch ein Anrecht auf ein Jahr Kündigungsschutz? Also eine Amtsniederlegung wäre, wenn du dich selbst dafür entscheidest, das Amt des Vorsitzenden niederzulegen oder dein ganzes Betriebsratsamt niederzulegen. Für diesen Fall gilt auch der nachwirkende Kündigungsschutz des Paragrafen 15 Absatz 1 Kündigungsschutzgesetz. Denn da steht drin, ihr Betriebsräte genießt besonderen Kündigungsschutz. Der Arbeitgeber darf euch während der Amtszeit und ein Jahr nachwirkend nicht ordentlich kündigen. Und diese einjährige Nachwirkung beginnt mit Beendigung deines Amtes. Beendigung meint, es ist egal, ob jetzt die Amtszeit ausläuft oder ob du dich selbst dafür entscheidest, dein Amt frühzeitig niederzulegen. Jetzt hast du noch eine weitere Frage. Da möchtest du wissen, wenn man einen Betriebsratsvorsitzenden nach dem Paragrafen 23 Absatz 1 abwählen tut, wegen grober Pflichtverletzung, hat derjenige immer noch einen Sonderkündigungsschutz? Das ist jetzt tatsächlich ein Sonderfall, wo Betriebsratsvorsitzende und auch alle anderen Betriebsratsmitglieder ihren nachwirkenden Sonderkündigungsschutz verlieren. Voraussetzung ist aber, dass man ein Amtsenthebungsverfahren erfolgreich gegen euch betrieben hat. Das heißt, es muss eine gerichtliche Entscheidung geben. Und wenn diese Entscheidung rechtskräftig geworden ist, weil eben innerhalb der Rechtsmittelfrist kein Rechtsmittel gegen die Entscheidung eingelegt wurde, dann verliert ihr mit der Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung auch den Sonderkündigungsschutz. Die Themen Sonderkündigungsschutz und Rauchverbot, die lernt ihr auf dem Seminar Betriebsverfassungsrecht Teil 1. Mesut, hier auch die Empfehlung an dich, lass dich schulen. Es gibt einen gesetzlichen Schulungsanspruch nach dem Paragrafen 37 Absatz 6. Ihr habt Anspruch auf Grundlagenschulungen. Der Arbeitgeber muss die Schulung zahlen, denn ihr merkt da, das ist alles Notwendiges Wissen, das ihr für Betriebsratsarbeit braucht. Raksa H., du hast eine Frage zum mobilen Arbeiten und möchtest wissen, der Arbeitgeber ist ja verpflichtet, gewisse Gerätschaften für das mobile Arbeiten zu ermöglichen, bereitzustellen. Wie verhält es sich mit dem Internetzugang? Muss der Arbeitgeber auch beim mobilen Arbeiten einen Zugang bereitstellen und bezahlen? Oder reicht der private Internetzugang des Arbeitnehmers? Gibt es entsprechende Stellen im Gesetz, die das beschreiben? Raksa H., spannende Frage. Und tatsächlich gibt es ein Gesetz dazu, den Paragrafen 670 BGB, Bürgerliches Gesetzbuch. Ich lese ihn dir mal vor. Da steht drin, macht der Beauftragte zum Zwecke der Ausführung des Auftrags Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf. So ist der Auftraggeber zum Ersatz verpflichtet. Das ist eine Norm, die kann man entsprechend für das Arbeitsverhältnis heranziehen und kann sich deshalb bei Themen des Homeoffice immer fragen, hat der Arbeitnehmer denn jetzt durch das Homeoffice zusätzliche Kosten? Und da merkst du, da kriegen wir Schwierigkeiten bei dem Internetzugang, weil ja in der Regel haben ja die meisten Haushalte einen Internetanschluss, zahlen dafür pauschal. Und deshalb kann jetzt nach dem 670 BGB eher nicht argumentiert werden, dass durch das Homeoffice zusätzliche Aufwendungen entstehen, die der Arbeitgeber tragen muss. Anders wäre es natürlich, wenn wir jetzt wirklich einen Arbeitnehmer hätten, der so oldschool ist, dass er keinen Internetanschluss zu Hause hat und sich dann einen besorgen müsste und deshalb dann Aufwendungen tätigt. Anders wäre es natürlich auch bei dem G-Man zusätzliche Stromkosten, zusätzliche Wasserkosten oder Heizkosten. Da kann man sich durchaus drüber unterhalten, dass es einen Anspruch auf Aufwendungsersatz gibt, weil da fallen ja tatsächlich zusätzliche Kosten an, dadurch, dass der Arbeitnehmer jetzt auch tagsüber in der Wohnung ist. Wie man das Ganze dann beziffert, das ist dann natürlich wieder ein bisschen schwierig in der Praxis. Deshalb machen viele Arbeitgeber es halt so, dass sie einen monatlichen Aufwendungsersatz pauschal zahlen. Dann hattest du noch eine Frage. Sollte man für die Einhaltung der BV einen Paragrafen einfügen? Sprich, wenn es Umstimmigkeiten etc. gibt, dann greift eben jener Paragraf x und man ruft die Einigungsstelle an. Oder kann man auf diesen Punkt verzichten, da man eh diese Möglichkeit hat? Letzteres ist der Fall, du brauchst nicht extra einen Paragrafen in die BV reinschreiben. Also dein Betriebsratsgremium, wenn ihr die Betriebsvereinbarung verhandelt. Es macht natürlich Sinn, Gesetze auch mit aufzunehmen. Es ist aber kein Muss. Denn wie du schon richtig erahnst, gelten Gesetze unmittelbar und zwingend, egal ob man sie erwähnt oder nicht, sie gelten. Und genau in dem Fall von Betriebsvereinbarungen, wenn ihr jetzt ein Mitbestimmungsrecht habt, ihr seid in der erzwingbaren Mitbestimmung, nehmen wir gleich mal das Thema mobiles Arbeiten. Da könntet ihr eine Betriebsvereinbarung schließen, denn da sind wir in Paragrafen 87 Absatz 1 in den Nummern 2, 6 und 7. Das heißt, ihr könnt da Betriebsvereinbarungen verhandeln. Und wenn der Paragraf 87 gilt, dann gilt auch der Paragraf 87 Absatz 2, wo drin steht, im Zweifelsfall streitet ihr euch bis vor die Einigungsstelle. Und insofern müsste man das jetzt nicht extra nochmal reinschreiben in die Betriebsvereinbarung, sondern das Gesetz gilt. Wie man eine Betriebsvereinbarung verhandelt, das erfahrt ihr unter anderem in dem Grundlagenseminar Betriebsverfassungsrecht Teil 2 genauer. Ja, ihr Betriebsräte seid mit vielen herausfordernden Themen konfrontiert. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.